Hi Leute da draußen! Grüßt euch! Ich zeige euch ein bisschen was über unsere Stadt, wo wir uns momentan aufhalten. Wir befinden uns momentan auf Hoa Angas Island, der Hauptstadt hier, Coron, mit ca. 50.000 Einwohnern. Und jetzt zeige ich euch einfach mal ein bisschen, wie das hier aussieht und wo wir momentan untergekommen sind. Ihr seht aber hier viele Motorbikes, die Leute sind überall. Ja, das ist der Standard-Tricepilz hier. No, no, no. Hinde, Hinde! Okay, dann wollen wir mal über die Straße und mal gucken, wie es zu unserem Guesthaus geht. Freuen wir einfach. Wir befinden uns auf dem Weg zu unserem Backpacker-Hotel. Das Ganze ist ja alles aufs schnellsten aufgebaut, das heißt, normalerweise, momentan ist jetzt die Flut zwar unten, aber wenn das Wasser kommt, ist ja alles voll. Es ist quasi das Venedig Asiens. Okay, let's go! Heute haben die Filipinos hier ein bisschen aufgeräumt. Wie ihr seht, wir haben ein bisschen sauber gemacht hier unten. Das sieht jetzt schon wieder ganz gut aus. Ihr seht das alles aufs schnellsten hier aufgebaut. Und der Weg ist ja auch voll geplant. Sehr cool alles hier. Also, komm, schauen wir uns den Rest noch an. Da, was unter da gehen. Sweet, sweet, love. Sweet, sweet, love. Ha, 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 ha. Im Moment haben wir hier eine große Baustelle, die hat von uns gegenüber. Das werdet ihr gleich sehen. Bauen sie einen neuen Boden rein. Hallo. Lass uns mal rein. Und wir können nicht in dieser Runde bleiben, wegen der Parade? Nein. Im Moment wird gerade das Holz repariert. Das heißt, es funktioniert gerade kein Strom hier. Wir machen die Holzkonstruktion neu. Hier haben wir den Chill-out-Bereich. Hier ist unser Kühlschrank. Nummer vier ist uns. Was haben wir in unserem Kühlschrank? Bananen. Dann zeige ich euch noch unseren Raum. Und dann wäre es das erstmal für heute. Das ist unser Reich hier. Das ist der Van. Also bloß Ventilator. Mehr brauchen wir nicht. Ein Bett, eine Ablage. Wie ihr seht, haben wir uns hier schon ganz schön eingerichtet. Unsere Wäsche haben wir waschen lassen. So sauber war sie noch nie. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Balaam.